So, willkommen bei Ben and Ed, einem, ja, ich weiß nicht so recht was das sein soll, irgendein Inigame, äh, bei dem es darum geht, dass wir einen Zombie spielen und ihn durch, einem wirklichen Scheiß durchnavigieren müssen. Ich bin gespannt, wie das jetzt laufen wird. Ich glaube, ihr werdet euch hier und da wirklich für mich schämen. So beschissen werde ich mich anstellen. Aber gut, fangen wir an. Na, sieht man wohl. Ah, okay, wir spielen also Ed, den ersten Untoten. Oh. Dem haben seine Eltern auch einen Schnitzel um den Hals gebunden, damit die Leute mit ihm spielen. Schön. Hans Showmaster, ja, natürlich. Mal wieder ein Deutscher. Ja, ja, der Deutsche muss wieder der Börse sein. Hm. Okay, wir sind also der Star einer neuen Game Show. Backstage, hey. Oh, springen können wir mit Leertaste, laufen mit WASD. Mein Gott, ist dieses Spiel innovativ. Slow down. Okay. Hm. Hey, wir haben schon irgendein Achievement angefangen jetzt. Super. Base. Oh, geil. Ja, Nummer zwei. Run. Ed, run. Oh, yeah. Oh, yeah. Der Eingang, ey. Der ist hier aber recht. Jo. Hm. Geil! Find ich gut. Ah ok, das mit dem Werfen müssen wir aber noch ein bisschen üben. Ah geil, ein springender Kopf! Ja wunderbar. Reattach? Ah, was stand da? Hiiii. Hiiii. Okay. Roll, reattach, eh. Ah! Cool. Das finde ich gut, das gefällt mir. Ah komm schon! Jawoll! Oh Gott. Ich fang ja jetzt schon an irgendwelchen Scheiße zu machen. Das... Es wird nicht gut enden. Es wird nicht gut enden. Ah. Yay! Checkpoint! Hm. Okay. Dann wollen wir doch einfach mal anfangen. You made it! Okay. Wieso nur 2 von 4 Dosen? Hm. Habe ich mal wieder komplett übersehen. Ja, continue. Oh mein Gott. Wieviel Level gibt's denn? 6... 12... 18... 23... 23... Plus wahrscheinlich ein Zusatzlevel. What? Für Level 19 müssen wir... Ui! 300... Da muss mich aber ein bisschen reinhängen. Okay. Okay. Okay, ne. Dann machen wir nochmal das erste Level. Da möchte ich nämlich erstmal alle Dosen haben. Das machen wir jetzt aber so im Schnelldurchlauf. Backstage. Oh yeah. Ja, 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 ja. Kennen wir alle schon? Okay, ähm. Wo sollen denn jetzt diese Dosen... Ja, die hatten wir ja schon. Wo sollen die Dosen denn sein? Bin ich denn behämmert? Zwei Sterne, ein Stern... Entries... Klärmer Nummer 2... Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Ja, hm. Okay, das funktioniert nicht. Hätte ja klappen können. Hm. Kann ich hier nur irgendwo... was machen? Tralalalala... Wird aber auch nirgendwo gesagt, wie man... Türen öffnet, falls ich das überhaupt kann. Ich tippe mal drauf, ich kanns nicht... Hm... Jetzt seh ich aber auch keine Dosen insgesamt rumfliegen... Ah, ne, jetzt fängt das schon wieder an. Ach, komm schon! Vielleicht hier unten irgendwo? Nein... Jedes Mal der gleiche Scheiss... Jawoll! Ha, 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 hab ich hier rundet... Ne, das funktioniert auch nicht! Okay, die Tür hier geht also scheinbar auf... Ich gehe hier nochmal sämtliche Türen ab, das darf doch nicht wahr sein! Irgendwo hier muss doch noch was sein! Ein Stern... Rubi Traces Frankfurt im Medicor-Price... Okay... Keine Ahnung, was das bedeuten soll... Vielleicht müssen wir am Ende... Ben umbringen... Das wärs ja noch... Die Türen hier gehen aber auch allein hier auf... Hm... Mysteriös, mysteriös... Ne? Ah, komm schon! Hier ist doch sicherlich irgendwo... Ja, wo bin ich denn jetzt... Aha! Ha, ha! Geschafft! Das muss man aber auch erstmal finden! Sehr schön! Dann einmal bis zum Ende... Und dann haben wir's auch schon geschafft! Yay! You made it! Jetzt mal nur vier Minuten ver... Plemper ist super!